fflup, mitm Kopf, mitm Kapper ins Wasser hin und oh Gott schalalalalalalalalala dö 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 mhm schalalalalalalalalalalalalalalalalalala lalalalalalala lalalala, ja was war das? was? ich war bei dir, ich bin unschuldig Oh, da unten sind Ryan und Sayu und, ah ok, und dann fehlt jetzt noch X-Rex, wo ist denn der? Wo bist du? Und Sayu? X-Rex, wo bist du? Möchtest du mir das mitteilen? Ich glaube nicht. Vielleicht ist er ja tot. Vielleicht wurde er getötet. Schüchtern sind die Besen. Ja, das kann auch sein. Ryan? Au! Verbrenn dich nicht! Ryan, es tut mir leid. Das habe ich jetzt gehört. Ich weiß. Aber ich wollte ihn nicht wieder erschießen, ohne dass es irgendjemand merkt. Ich vergebe dir. Das ist schön. Ups, falsche Leiter. Das gibt's doch gar nicht. Alles gut, alles gut. X-Rex, Adel, das ist gut. Was? 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 Was ist jetzt passiert? Was ist passiert? Ich wollte mit Ryan sterben, das ist die Wahrheit. Oh, wie Roman. Was ist das? Man könnte es auch total Falschigkeit nennen, aber ich bin runtergefallen auf meiner eigenen Mindturtle. Und dann bin ich leider gestrochen. Oh mein Feuer funktioniert wieder nice. Mit der Windchester. Bei der Entschuldigung hätte ich mich sogar eingekniet und gewartet. Ich weiß, ich habe überlegt so, erschieße ich dich, erschieße ich dich nicht. Und dann dachte ich mir so, nein, ich kann dich nicht wieder ohne was zu sagen erschießen. Deswegen habe ich das dann so gemacht. Ich... Ich... Hier blubbert irgendwas. Ja. Ähm. Okay. Was ist das? Na was? Won. Natürlich. Äh. Und dann bin ich auf meiner eigenen Mindturtle ausgerutscht. Das war traurig. X-Rex steht hier voll doof rum. Traitershop. Traitershop. Töten. Ne, er hat sich glaube ich bisher noch gar nicht bewegt. Tötst ihn. Do it. Ne. Grad Warhead gegangen. Ah. Ähm, Sayu, warum? Ich habe mir gerade eine Zigarette angewacht. Sicher? Ja. Was soll ich dir Bild schicken? Oh, was war das? Holy shit. Alter, ist alles krass. Oh nein. Alter. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Ah. Ist tot. Genau. Ja. 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 Blei. Nein. Ich habe drei Leben. Guck mir einmal, guck hier, mein Zauber ist kaputt. Ohne Scheiße, das Feuer, leger. Warte, dass das Feuer mal killt. Dieses Feuer kann ich noch nicht machen. Warte, 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 nein, ich fühl's auf dem. Na, jetzt, äh, die Leiter, ey. Verstand ist das nicht. Das löst einmal aus. Okay, muss uns beeilen. Hallo, Saio, warum bist du verwundet? Ich bin runtergefallen, von da oben, hier runter. Boah, ganz sauber. Weil hier ist mein Blutfleck. Er schießt. Ah, okay. Du freust das ja richtig, das Ding, Alter. Was ist da unten los? Ah, die bewegen die Mausefalle. Oh, Junge. Ja, lass mal machen, komm her, komm her, komm her. Warte, warte, guck dir's an, guck dir's an, warte. Ich denke, Junge, wo du das gut siehst, warte. Warte, warte, warte. Was ist denn los? Guck es euch an. Was ist denn los? Was ist denn los? Warte, ich geb dir so ein Impressent. Rauchgranate! Hast du das noch? Wer ist es? Wer ist es? Naru, glaub ich. Ne, ich bin's nicht. Also, Jan hat Naru gesagt. Jan läuft grad weg. Oh, hi, Wine. Hi. Machst du AFG? Ja. Geh mir mal mit dem Zahn. Oh Gott. Oh Zucker. Das gibt's doch gar nicht. Aua. Aua. Scheiße, wa? Scheiße, wa? Du hast mich gerettet. Alter. Ich rette dich. Wo springst du hin? Auaah. Eine Erlösung. Oh Gott. Alle sind tot. Diese Map. Diese Map, ne? Die macht ein Kira. Ich bin tot. Ich bin tot. Alle tot. Jan ist gestorben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Mit der Tech-9. Ähm. Jan? Ja. Ich muss mich eigentlich ficken, Alter. Mhm. Ja. Alles klar, Naro. Ich hab 50 Schaden von Naro bekommen. Darf ich einen Schaden bei Naro machen? Nein. Ich hab auch 5 Schaden bekommen. Ja. Oh, 5 Schaden. Ich hab jetzt 50. Ein Schuss. Nein. Ey, komm. Nein. Wieso denn nicht? Was machst du denn? Alter, du dreckiges Lüste. Alter, ich ficke dich, bis du kommst, Alter. Komm her. Neckel auf. Warum wollt ihr euch ficken, Alter? Was ist lustig? Hi, Wine. Hi, Wine. Hi, Wine. Warum schießt du? Ich schieß die Leute aus den Kartons raus. Warum tust du das? Lass die da drinnen. Jetzt hat die nicht mehr so viel Wert. Weil die einfach so herrlich runtergefallen sind. Hier liegt. Es ist so ein NPC. Der ist einfach so herrlich runtergefallen. Das sah schick aus. Er hatte... Oh. Seine Hand. Was ist... Wer ist runtergefallen? Oh Gott. An. Ja. Wo ist Fabi? Fabi? Ich bin hier, ja. Du lebst noch. Wo oben? Ja, muss man Radar haben, ne? Richtig mies. Wenn, dann müsstest du ja eins haben, weil ich mein, du bist ja Traitorin. Okay. 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 Hätte ich jetzt auch noch rausgehauen. Was macht ihr schon wieder hört? Ihr hört euch an wie zwölfjährige Mädchen. Nein! Weil ich hab rein lachen gehören. Ihr hört euch an wie zwölfjährige Mädchen. Nein! Das war so. Weil ich hab rein lachen gehören. Ich hab's auch. Ich hab's sogar akzeptiert und war oben mit dir geblieben. ja und warte warte ich mach noch was Hushushushushushushushhushushushushushu so accumulated das mal hier so lang und so ist es jetzt dann Oh was sollt' die Scheiß das machst du das bist du mein bester Freund wir bleiben für idmer hier oben gesicht gegen die wahl immerhin habe ich dich mitgenommen steffi ich gebe dir ein rätsel bei der kräsefalle wegen zwei wenn du weißt welcher raum es ist kommt dahin ich muss noch meinen freund mitnehmen wenn er tot ist dann musst du mich was mit ihm machen lassen nein dann lasse ich ihn hier ich beschütze ihn vor dir ok du chillst hier ein bisschen ich gehe weiter durchaus Ich auch. Wir holen. Durchaus. Zwingt ihr jetzt alle? Oh, Steffi. Schnell, schnell, schnell! Schau dich um. Schau dich um, was ich gemacht habe. Einer? Alter, wie geil. So, ich fass jetzt optisch mit ins Bild. Ach. Jedes Mal. Oh, shit! Oben links im Lüftungsstacht. Ich hab dich nicht gesehen gerade eben. Ein Schuss, ein Treffer. Wisst ihr was Schlimmes? Ich sag euch die ganze Zeit, wo ihr steht. Und er hat sich null verlegt, seitdem ich gestorben bin. Und ihr fragt euch, wo er ist. Oh nein. Sie waren abgelenkt. Ja, ich lenke mich auch gleich mal ab. Jan, du bist wieder da! Oh mein Gott, ich bedanke mich an alle. Oh, ein Stück Käse! Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Mein und Naru haben mich gerade einfach sterben lassen, weil sie mir nicht helfen wollten. Oh. Ok, Saiyos offiziell two... äh, two phase. Oh nein, jetzt ist Entscher. Der Käse! Oh jetzt sind wir nur 5 Leute? Ja auch gleich, ja nur 4 Warum Ryan geht ja schlafen Nö Ich konnte ihn gerade noch so überzeugen dass er bleibt Wer geht denn gleich? Kann man den leisten? Hier der Käse guck Na Hallo Bobby ist auf den Käse gelaufen Oh Mann Ähm Jan Ja, das können auch Endos Ähm, warum ist Ickles tot? Warum hängst du ihn? Weil er gegen den Käse da gelaufen Nun stirbt man Ich renne mal gegen Das ist eine Mausefalle meine Lieben Hä? Nahu In meinen ersten CTT aufgenommen war das eine der ersten Matchen Ja Ja, ich wusste nicht Ich wusste nicht, dass man da stirbt also Ich glaub die Hello Kitty für oben sind neu Ja, du machst auch dabei Ryan Ich weiß Alter Wie geil, das ist irgendwie cool Die Sachen sind alle noch online gell? Ja klar Jan 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 Oh hi Ryan, ich geb den Ich geb den One Click alter Ich mach das nicht Oh ich Jan Ja, mach das nicht Ich warte dich Oh dann bleib ich halt oben Bin ich nicht unter da Was zum... Was passiert bei euch? Hi Hi Hey Hey Ist dir jemand Servin Hang Absischer keine